Bevor das Video beginnt, lasst doch kurz einen Ammo-Like da und aktiviert die Glocke, um nichts mal zu verpassen. Und schaut bitte das Video bis zum Ende an, das ist sehr wichtig. Hallo, mein Name ist FyldoTV und heute mache ich ein Ansagenvideo gegen Ilana Nisic, weil er ein Fake ist. Und ich würde sagen, wir haben nicht so viel und starten mal direkt. Als erstes, ich müsste sagen, dass er Fake-Preise-Turnier-Listream macht, weil er Abos-Likes haben will. Also sagen wir so, als erstes Schritt macht er mit Fake-Preise-Turnier-Listream, weil er auf Abos und Likes keinen will. Als zweites bedeutet er seine Community ohne Grund. Das stimmt, also ich sage nur, der zweite Schritt leider hat er seine Community, weil ein Abonnent von Ilana Nisic mal einen Vorschlag gegeben hat, mach mal bitte streamen bis zum neuen Shop und dann hat er Ilana zu seinen neuen, zu seinen, haben wir mal, aber dann gesagt, bist du wild, bist du dumm oder bist du wild hin oder so oder hast du in den Kopf geschissen und so, doch nicht bis zum Shop oder so. Das meiste, ich muss machen, was ich will. Und ja, als drittes killte er seine Community in einem Fake-Preise-Turnier, das war verletzend und da hat er seine Community in einem Fake-Preise-Turnier gekillt. Ohne Grund. Und zu guter Letzt macht er Fake-Verlosung. Und zwar, Leute, ich sag mal kurz, er hat auch Witzen-Fake-Verlosung gemacht, also er macht das immer noch. Er hat diese Pugelzweig-Spitzhaken für 1200 V-Bucks verlos an sein Community, aber er hatte nur 100 V-Bucks gehabt und deswegen wieder soll er dann verlosen. Und zu ganz guter Letzt, Leute, er ist ein Abo-Liken, Geldgeier, Crite-Accounts und so weiter, Leute. Bitte gebt alle einen Dislike da, dir abonnieren alle bitte, meldet ihn in der Kanal, bitte, dass er gesperrt wird, weil das auf jeden Fall ein kranker Faker ist, Leute. Und ja, okay, Leute, da würde ich mal sagen, Leute, was es noch mit diesem Ansage-Video an Liga 79 Stopp ausgefahren hat, lasst euch einen Daumen da rum, da, Abo-Liken, um das nächste Mal zu verpassen, Leute. Und ja, da würde ich mal sagen, habt noch einen schönen Abend, schlaf gut und das sagen, sehen wir uns bei einem neuen Video und am anderen bestimmen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.